In dem vorherigen Filmkapitel wurde die Wanderung von Elektronenfehlstellen in einem P-dotierten Siliziumkristall beim Anlegen einer elektrischen Spannung behandelt. Diese Löcher sind jedoch auch bei Abwesenheit eines äußeren elektrischen Feldes nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Energetisch betrachtet macht es keinen Unterschied, zu welchen drei benachbarten Siliziumatomen das Fremdatom kovalente Bindungen ausbildet. Die Fehlstelle kann also um das Fremdatom herumwandern, ohne dass dazu Energie aufgewendet werden muss. Damit das Loch aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Fremdatoms herauswandern kann, muss ein Elektron von einem benachbarten Siliziumatom auf das Fremdatom übertragen werden. Somit entsteht ein negativ geladenes Akzeptor-Ion und ein positiv geladenes Silizium-Ion. Die dazu notwendige Trennung einer Silizium-Siliziumbindung und der Transfer des Elektrons erfordert einen bestimmten Energieaufwand. Die Ausbildung der vierten Bindung zwischen dem Fremdatom und den Siliziumatomen hingegen liefert Energie, wobei die energetische Gesamtbilanz von den verwendeten Materialien abhängt. Die Energiedifferenz kann durch thermische Energie geliefert werden, weswegen der Prozess in beide Richtungen abläuft. Der Elektronentransfer von allen vier Nachbaratomen ist energetisch gleichwertig. Bei hohen Temperaturen, Raumtemperatur ist bereits ausreichend, kann die Fehlstelle aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Fremdatoms herauswandern. Die Bewegung der Elektronenlücke ist dabei keineswegs gerichtet und kann durchaus wieder zurück zum Fremdatom führen. Das unregelmäßige Umherwandern des Elektronenlochs bezeichnet man als Diffusion. Schließen wir den Kristall erneut an eine Gleichspannungsquelle an. Der Pluspol der Spannungsquelle befindet sich oben, der Minuspol entsprechend unten. Bereits bei einer niedrigen Feldstärke sind nicht mehr alle Positionen des Lochs um das Fremdatom energetisch gleichwertig. Im hier gezeigten Fall wird das Loch zur unteren Position gedrückt, da die Elektronen nach oben zum Pluspol gezogen werden. Mit steigender Feldstärke beginnt irgendwann der bereits ausführlich besprochene Prozess der P-Leitung. Das Loch wandert zum Minuspol, die Elektronen springen von Atom zu Atom in Richtung des Pluspols. Betrachten wir einen N-dotierten Kristall. Das Elektron ist nur lose an das Donatoratom gebunden. Bereits bei Raumtemperatur wird das Elektron von dem Fremdatom getrennt und bewegt sich in einem ungerichteten Zickzackkurs durch das Kristallgitter, weswegen man von Elektronendiffusion spricht. Dieses oder auch ein anderes Elektron kann dabei kurzzeitig wieder von dem Fremdatom eingefangen werden. Beim Anlegen einer elektrischen Spannung erfolgt eine zusätzliche Elektronendrift, also eine gerichtete Bewegung vom Minus zum Pluspol der Spannungsquelle. Schalten wir die Spannungsquelle wieder ab und fügen zwei unterschiedlich dotierte Kristalle aneinander. Rechts befindet sich der mit einem Phosphoratom N-dotierte, links der mit einem Aluminiumatom P-dotierte Kristall. In beiden Hälften finden die eben besprochenen Diffusionsprozesse statt. Durch diese ungerichtete Bewegung können sich ein Loch und ein freies Elektron begegnen. In unmittelbarer Nähe zu dem Loch wird das Elektron dabei von der positiven Ladung des Silizium-Ions angezogen und schließlich eingefangen. Somit wird aus dem Ion ein neutrales Siliziumatom mit vier Valenzelektronen, das dementsprechend vier Bindungen zu seinen Nachbaratomen ausbilden kann. Dieses Auffüllen des Lochs mit einem freien Elektron bezeichnet man als Rekombination. In dem Kristall befindet sich nun ein negativ geladenes Aluminium-Ion auf der linken Seite und ein positiv geladenes Phosphor-Ion auf der rechten Seite. Die zuvor freien Ladungsträger, das Loch und das Elektron stehen nicht mehr zur Verfügung und auch die beiden Ionen sind fest in das Kristallgitter eingebunden. Zwischen den Ionen besteht ein elektrisches Feld, hier dargestellt durch die magentafarbenen Pfeile. In dem Feld der Ionen wird eine negative Ladung nach rechts zur N-dotierten Seite gedrückt. Umgekehrt wird eine positive Ladung, also ein Loch, zur linken Seite in den P-dotierten Bereich gedrückt. Das Feld wirkt damit der weiteren Diffusion von Ladungsträgern zwischen den Kristallhälften entgegen. Schließen wir diese Anordnung an eine Gleichspannungsquelle an. Der positive Pol wird mit dem P-dotierten Bereich links verbunden, der negative Pol mit dem N-dotierten Bereich rechts im Bild. Zwischen den beiden Ionen verlaufen die beiden elektrischen Felder entgegengesetzt zueinander. Direkt links und rechts der Ionen verlaufen die Pfeile überwiegend gleichgerichtet. Somit wird das elektrische Feld im Zwischenraum der beiden Ionen abgeschwächt. Wird das elektrische Feld der Gleichspannungsquelle weiter erhöht, verschwindet das Feld an der Kontaktfläche vollständig und die Ladungsträger können wieder zwischen den beiden Hälften wechseln. In der linken Hälfte wird dem Kristall ein Elektron am Pluspol entzogen und der Stromfluss wird durch ein driftendes Loch bewirkt. In die rechte Hälfte wird ein Elektron injiziert, das sich dem elektrischen Feld folgend nach links bewegt. Im Raum zwischen den beiden Ionen kommt es zum Rekombinationsprozess, wodurch die beiden frei beweglichen Ladungen quasi verschwinden. In der Summe ist dabei jedoch ein Elektron vom Minus zum Pluspol bewegt worden. Vertauschen wir nun die beiden Pole der Spannungsquelle. Der Minuspol wird an die P-dotierte Hälfte angeschlossen, der Pluspol an die N-dotierte Hälfte. Jetzt wird das Feld zwischen den beiden Ionen durch das Feld der Gleichspannungsquelle verstärkt. Somit wird die Diffusion oder Drift von Ladungsträgern zwischen den beiden Hälften von beiden Feldern unterbunden. Elektronen werden aus dem Zwischenraum zurück zur N-dotierten Hälfte gedrückt, Löcher zur P-dotierten Hälfte. Fügen wir den Hälften weitere Fremdatome hinzu und betrachten deren Verhalten in dem elektrischen Feld. Die Gleichspannungsquelle entzieht der N-dotierten Hälfte rechts weitere Elektronen, wodurch die positiv geladenen Ionen zurückbleiben. Auf der linken Seite werden Elektronen injiziert und die durch die zusätzlichen Fremdatome entstandenen Löcher werden quasi aufgefüllt. Wie zu sehen, haben sich weitere ortsfeste Ladungen im Kristall gebildet und das Feld wird dadurch weiter verstärkt. Die linke Kristallhälfte ist dreifach negativ geladen, wodurch die Spannungsquelle hier keine weiteren Elektronen injizieren kann. Die rechte Kristallhälfte ist entsprechend dreifach positiv geladen und es können keine weiteren Elektronen am Pluspol entzogen werden. Der Fluss elektrischer Ladungen wird durch diese Polung verhindert. Ein Halbleiterbauteil mit einem einzigen PN-Übergang bezeichnet man als Diode. Messen wir im folgenden den Strom durch einen PN-Übergang in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung. Die hier verwendete Siliziumdiode vom Typ P600J darf mit einer Maximalspannung von 420V und einem Maximalstrom von 6A betrieben werden. Die N-dotierte Seite der Diode befindet sich links im Bild und ist mit einer um das Bauteil verlaufenden Linie gekennzeichnet. In Serie zur Diode ist eine kleine 12V 5W Glühbirne geschaltet. Damit wird verhindert, dass ein zu großer Strom durch die Diode fließen kann, was ansonsten zur Zerstörung des Bauteils führen würde. Die schwarze Klemme führt zum Minuspol der Spannungsquelle, die rote Klemme über das Ampermeter und den Widerstandsdraht zum Pluspol. Über die gelbe und die grüne Klemme ist das Voltmeter verbunden. Als Gleichspannungsquelle dient der 3,3 und der 12V Ausgang eines alten Computernetzteils. Mit Hilfe des Widerstandsdrahts ist ein Spannungsteiler realisiert worden, an dem die weiße Anschlussklemme verschoben werden kann. Somit kann die Diode mit Spannungen von minus 12 bis plus 12V versorgt werden. Wir werden in späteren Kapiteln sehen, wie man mit Hilfe von Halbleiterbauteilen eine bessere, regelbare Gleichspannungsquelle realisieren kann. Als Messgeräte dienen zwei Digitalmultimeter. Das linke davon ist in Serie zur Diode geschaltet und dient zur Messung des fließenden Stroms, das rechte ist parallel zur Diode geschaltet und dient zur Messung der anliegenden Spannung. Beginnen wir mit der Messung in Sperrrichtung. Dabei liegt die p-dotierte Hälfte der Diode am Minuspol der Gleichspannungsquelle und die n-dotierte Hälfte ist über die Glühbirne, das Ampermeter und den Widerstandsdraht mit dem Pluspol verbunden. Wie zu sehen liegt an der Diode die maximale negative Spannung von minus 11,23V an und es fließt ein Strom von 0,011mA. Dass trotz Schaltung in Sperrrichtung ein geringer Strom fließt, hängt damit zusammen, dass durch thermische Anregung und die doch recht hohe Feldstärke in der dünnen Sperrschicht immer einige Elektron-Lochpaare in der Sperrzone gebildet werden, die dann zu den Polen der Spannungsquelle driften. Während der Schleifkontakt längs des Widerstandsdrahts bewegt wird, sinkt die negative Spannung an der Diode und der durch das Bauteil fließende Strom wird ebenfalls geringer. Bei 0V Spannung fließt kein Strom. Nun wird die Polung der an der Diode anliegenden Spannung vertauscht. Der Pluspol ist jetzt direkt mit der P-dotierten Hälfte der Diode verbunden und die N-dotierte Hälfte ist über die Glühbirne, das Ampermeter und den Widerstandsdraht mit dem Minuspol verbunden. Die Diode ist in Durchlassrichtung geschaltet. Zu Beginn wird der 3,3V Ausgang des Computernetzteils verwendet. Bei der sehr kleinen Spannung von 0,17V fließt kein messbarer Strom durch die Diode. Wird die positive Spannung an der Diode durch Verschieben des Schleifkontakts erhöht, können wir einen, wenn auch zunächst nur kleinen Stromfluss durch die Diode messen. Die Glühbirne macht ihrem Namen noch keine Ehre. Das Feld der anliegenden Gleichspannung schwächt das Feld der Sperrschicht leicht ab. Der Stromfluss durch die Diode steigt ab einer Spannung von über 0,7V deutlich an. Der Stromanstieg ist so groß, dass das entsprechende Multimeter in einen höheren Bereich geschaltet werden muss. Gleichzeitig wird die Anordnung mit dem 12V Ausgang verbunden. Mit steigender Spannung wird die Sperrschicht so dünn, dass diese die Bewegung der Ladungsträger nicht mehr merklich behindert. Die Glühbirne glimmt zunächst leicht, um bei höheren Spannungen in hellem Licht zu leuchten. Je weiter die Spannung ansteigt, umso mehr Elektronen können von der N-Seite zur P-Seite und umso mehr Löcher können von der P-Seite zur N-Seite driften. Die sich ergebende Strom-Spannungskennlinie zeigt den für Dioden typischen Verlauf. Dioden vom Bericht。。 auf dem Weg in der Decke im penser «DiodenZenfeld». Dioden vom Bericht Monthen